ja willkommen mein name ist der new lp und ich begrüße euch zurück zuletzt lieber kronkel wir sind schon wieder in der level die wir ungefähr für 56 part schon das letzte mal gesehen haben und wir sind über diese rücke und wir müssen eigentlich locker schaffen ja das restliche skirmisch hier abzuschließen in diesem part und so weiter und so fort so ich würde gerne erst ding kaputt machen aber das wird nicht so schnell haben naja jetzt gerade ich könnte mit der eweiße dingen als erstes kaputt hauen aber dann kann ich mich nicht weiter bewegen naja wir müssen dann die kackten ab weil wir sind immer noch da so was schon sagen immer noch zwei schüsse begeben hat da ist nach planen gelaufen wir haben keine mund so geil jetzt kann man wieder irgendjemand anderen hier mit springen weil ich muss alles zum reparieren jetzt gleich einsetzen weil die edelweiß sie macht es gleich nicht mehr da kann man da hinten gleich schon mal gegner weg wegen welchen war auf den arm nehmen so hallöchen ja auch hier sollte ich extra noch mal die ja nehmen um das ding gekauft da konnte hat eigentlich passieren ganz ehrlich ja ich krieg die krise so mal jetzt schon das tun für eine waffe er klingt voll heftig wenn du schießt oh hallöchen jetzt wollen wir sie erst mal jeden weiß repariert ich weiß nicht ob es irgendwas bringt wenn man das ding nimmt zum operieren also gut so wir wollen schon sagen klack 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 so weiter oh mein gott da wer jetzt mit meinem sorg nicht wer es jetzt wagt auch wenn es das wohnen derzeit eigenen kollegen abgeschossen verdammt der punkt hätte ich mal noch ein bisschen weiter gemacht so jetzt kann man mit der edelweiß nach vorne stürmen ich glaube ich nehme erstmal die einen da kaputt meine aussprache der aussprache da ich kann gar nichts frei so kann man nach der haupten genau tot und zerstörung ich muss noch gar nicht so ein dinge benutzen und sagt so mega was jetzt eigentlich kommt die sind jetzt nicht der rede wert hey wir sind ein bisschen weit entfernt kommen näher das ist jetzt eigentlich locker da wo die jeweils jetzt steht auch gekommen oder auch nicht verdammt ja ich zeige euch die schenbrock alles drauf hat verdammt da alisha du schaust es ja wohl bist eine ok dann ist ja nebenbei mal heilen also ich war schon wieder getrieben was hatte so wenig api aus ich habe einfach nicht wahr sein schaffen wir sogar bis zu dem typen dann halte ich mal wo die level ist so angenehmer wenn der verdammte zug nicht da ist komisch die brücke die ist mir fällt auf die brücke die ist kaputt aber die brücken die war kaputt machen müssen für die verstärkung die ist natürlich nur da meinen ganzen sturm von der neuer eine sehr gute idee was bist du den oh gott war und verdammt in der verteidigung aber das auf den 1 fang ist spielverderber mag ich nicht so alisha so eine kandidatin wird zwar nichts bringen moment ich muss erst mal den crouching tiger aber abschließend gut und dann kannst du ach ja keine basis war eigentlich meine basis dann könntest du ja mal das ding aktivieren mit dem wir einige leute hier hin packen können da habe ich auch noch eine sturmtippe zwischen den beiden häusern hier müssen wir auch noch top down wo ich das weiß ja dann fragt ihr euch nicht man nennt sie das darf nicht wahr sein wir kriegen jetzt probleme haben wer der bewegt sich hinter ihr edelweiß ne aber problem oh gott haben die vier hinten kommt schon wieder irgendwelche affen lancer auch noch eine edelweiß sie ist doch so empfindlich so blöd gut so muss das läuft bei mir da kommen noch mehr leute mich extra jetzt wenn ich mal da hinschicken die dinger kaputt jetzt sind die schnell kaputt na auch gott hat auch schon so gewährt sich so heftig anhört aber wir müssten ja noch nicht mehr alt wir müssen einfach nur die basis auch gott da kommt die stunden ist ja nur die basis erobern gott jawohl ja so muss das so muss das danke ich liebe euch die größte natürlich schwer mal lebt sehen ab da sind wir die edelweiß und wir können nachdem noch benutzen sind aktiviert werden oder so danke das war einfach nur die basis ich möchte ich mal da raus ballern müssen wir dich gar nicht töten sonst ist er noch eher da drin habe ich dir nur die eto ein bisschen angekratzt weil das nur ein lernster drin wir müssen wir einfach nur kaputt auch also ich wohne noch nicht immer drüber in flammen wir kommen ist doch klappen eigentlich wenn wir es bis dahin schaffen wie hat sie schon mal gar keine action da schaffen wir nicht hallöschön wenn wir das mal in flammen werfer oh gott was hätte mit einschlag getötet hier müssen wir nur noch da oben eben bringen dann könnte der alles auseinander nehmen schon ist jetzt meine ganze aufgang jetzt nicht sehr klar das ist das aber noch schaffen nicht nein trifft sie nicht oder bitte wer sich verarschen noch mal ich hoffe auch schon ja 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 hallöchen na wie geht es dir so vielleicht geht es nicht mehr gut aber es war nur ein scheiß ding einnehmen in diesem zug noch nicht immer viel erfahrung ist nur den kommandanten da erledigen alicia rennen vor ihm auch ja genau das nur hat dinge einnehmen dann haben wir gewonnen na 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 ja was erwartet noch einer nein wird ihr könnt mich mal was wieso da oben sich auch noch einnehmen wollte mich auf den arm nehmen verdammt nein ich habe mich gerade denkbar schlecht positioniert ja me gott problem zu sagen ich dachte danach war es das ja wir haben hier ein problem da ein problem über ein problem was mache ich jetzt ich habe noch eine aufgabe für dich muss den ihr töten danke ich muss doch nur irgendwie überleben welkin auch und das ding kann jetzt locker wieder eingenommen werden schießen uns selber ab jetzt läuft er nicht weiter na auf die dinge so provokativ umgedreht hat nein was soll denn hey glaubt man zwei pfeift so ich habe eine aufgabe für die edelweiß dann habe ich erst mal quatsch edelweiß so das kommt element hier vor die verlauf gar nicht hatten diesen tschüss das war am besten nur noch eine person haben die den da erledigt habe ich mal durch durch habe ich immer ja ich stimme ich jetzt hier ein bisschen aus dem fenster lehnen einmal in aktion na wenn es da in der einen basis niemand mehr ist und ich einfach nur dahin laufen muss dann kriegt die krise ich kann nicht aktivieren ihr könnt mich doch mal darf nicht wahr sein da ich nur noch jahren glaube ich er ist tschuldigung ich bin leid draußen ok merke er ist immer schön erst am ende einsetzen jawohl kann sie auch noch einen schalter betätigen mit der richtig toll aber ich glaube nicht oder obwohl 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 jawohl so schon immer vor ja wie viele leute da sind uns die eigentliche flamme verweckauen können na los kommt schon da ist niemand er könnte mich mal ich kann hat nicht einnehmen ihr könnt mich mal soll hat eigentlich wollen wir doch jetzt hier echt auf den nerven gehen so nein ich schaffe ich nicht mit der leise ihr könnt mich mal das ist auch traurig war sein momentan ist jetzt schaffst du sie nur noch ein paar meter danke er darf doch einfach nicht wahr sein länger genau als mir gedacht hatte und wer wird jetzt direkt erst mal alles ausgeben wo ich glaube erst im nächsten part okay das war sehr schön aber ich würde sagen wir beenden jetzt den part dann fangen wir in den nächsten part kapitel an und da wahrscheinlich dann nur cut scenes über club kommen wenn ich die cut scenes alle abspielen und dann hat geld daneben beine ausgeben damit war wie so ein ganz kurzen part haben aber was soll es ja ging gut ja okay dann sehen wir uns im nächsten part ich sage mal dann tschüss bis in den nächsten part bis 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 Vielen Dank.